Wie geht's? Oh mein Gott, am liebsten würde ich mir die Augen ausstechen, dass ich das mit ansehen musste. Was ist passiert? Ich habe meine Eltern gerade dabei erwischt, wie sie Sex hatten. Was? Ich habe gedacht, dass die sich hassen. Das tun sie auch. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich so eine SM-Geschichte. Ah, wie eklig. Das ist ein Albtraum. Diesen Anblick kriege ich nie wieder raus. Ist den beiden eigentlich klar, dass sie schon wieder eine Firma von dir ruiniert haben? Natürlich nicht. Ich fass kurz zusammen. Mein Dad verarscht mich, meine Mom lügt mir ins Gesicht und am Ende landen sie beide zusammen in der Kiste. Danke, es reicht endgültig. Ich kläre das. Wo gehst du denn hin? Deine Mom hat mich mal gefragt, wie oft ich Ted noch verzeihen will. Und genau dieselbe Frage stelle ich ihr jetzt auch. Aber klingel vorher!